Hallo, herzlich willkommen heute zum Gratis-Webinar für den Online-Kurs Maschinenelemente. Wir werden heute die Verbindungsarten thematisieren. Ich würde ganz gerne mal vorher abfragen, wer sich denn schon so ein bisschen mit Verbindungsarten auskennt. Wurde das schon mal so ein bisschen in der Uni behandelt? Vielleicht könnt ihr da mal so in den Chat reinschreiben, ob ihr euch das schon so ein bisschen mit auskennt. Also wir wollen heute mal die Basics von Verbindungselementen vorstellen. Also einfach so, was sind formschlüssige, was sind kraftschlüssige und was sind stoffschlüssige Verbindungen? Das werden wir ein bisschen erläutern. Und für mich wäre es ganz hilfreich, wenn ich mal so einen kleinen Überblick bekommen könnte, wer so, naja, ist natürlich freiwillig, also wer hat da schon so ein bisschen Ahnung von der Thematik? Oder ist das für die meisten ganz neu? Könnt das gerne, kennt sich schon ein bisschen aus. Das ist schon mal ganz gut. Also das Webinar heute ist schon so ein bisschen dahingehend ausgerichtet, dass wir halt so mal ein bisschen über die Basics sprechen halt. Ich hoffe, dass sich die meisten da jetzt nicht unterfordert fühlen. Wir würden einfach damit mal anfangen. Ich habe ja vor Beginn des Webinars eine Liste rumgeschickt, also eine Übersicht zu den Fragen, auf die wir heute eingehen möchten. Bei der ersten Frage ging es ja darum, welche Verbindungsarten in der Industrie und im Maschinenbau zum Einsatz kommen. Vielleicht frage ich vorher nochmal, seid ihr alle Studenten der Ingenieurswissenschaften oder haben wir doch andere Teilgebiete, die an dem Webinar heute teilnehmen? Auch gerne in den Chat reinschreiben. Ist jetzt nur so für mich so als Ingenieur, Ingenieur, Fahrzeugtechnik. Ah, okay, Fahrzeugtechnik. Ja, da werden wir in Kürze auch einen Kurs zu veröffentlichen, zu der Fahrzeugtechnik. Gut, wir fangen mal ganz vorne an. Welche Verbindungsarten kommen in der Industrie und im Maschinenbau vor? Wer weiß es? Wer kennt die drei gängigen Verbindungsarten? Gerne auch in den Chat reinschreiben. Ich finde das immer ganz gut, dann können wir das ein bisschen interaktiver gestalten. Sonst, wenn keiner was schreibt, dann werde ich es einfach gleich vortragen. Vielleicht können wir auch mal schon gucken. Also wir haben jetzt hier auf dem Bild hier eine Bolzenverbindung. Darunter haben wir eine Schraubenverbindung. Und hier haben wir eine Verbindung Schrauben, Schweißen, Kleben. Ja, das sind alles Unterbereiche. Also das müsste man dann jetzt noch so dementsprechend zuordnen. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Also das sind schon so Verbindungsbereiche. Ja, also das Schweißen und das Kleben, das sind dann die stoffschlüssigen Verbindungen. Und die Schrauben, na, das ist nicht so ganz so einfach. Da ist ja Form- und Kraftschluss. Aber da gehen wir später auch noch drauf ein. So, vielleicht einfach mal, stellen wir einfach mal vor, was ist das Verbinden oder auch das Fügen, wenn man jetzt mal von den stoffschlüssigen Verbindungen sich mal ein bisschen distanziert. Ich lese das einfach mal vor. Also nach der DIN 85-93 versteht man außerdem Fügen, das dauerhafte Verbinden von zwei oder mehr Bauteilen. Das haben wir jetzt primär beim Formschluss und beim Kraftschluss. Dieser Zusammenhang wird örtlich geschaffen und im Ganzen vermehrt. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise ein Bauteil haben oder zwei Bauteile haben, was nehmen wir da jetzt für ein Beispiel? Wir haben jetzt einen Teil vom Getriebe. Diese Verbindung, die wir örtlich schaffen, die überträgt sich dann, wenn die Verbindung vorhanden ist, auf das ganze Bauteil. Also so kann man sich das wahrscheinlich dann am besten merken. Diese kleine Verbindung oder diese teilweise auch große Verbindung, die schafft dann halt eine Kraftübertragung, die sich dann auf den ganzen Bereich der Maschine oder dieser Baukomponente dann überträgt. Damit wir eine Verbindung schaffen können, haben wir zwei Voraussetzungen. Einmal müssen wir entweder eine geometrische Form vorliegen haben. Also die Geometrie muss halt dementsprechend passend sein. Die Bauteile müssen verbunden werden können. Oder wir haben halt ein Bindeglied. Das ist dann ein formloser Stoff. Das kann dann ein Klebstoff sein oder ein Lot. Oder es kann dann natürlich auch, wenn wir bei den Schweißverbindungen später sind, dann auch formeigener Stoff sein, der dann halt die Verbindung herstellt. So, dann kommen wir mal zu der ersten Frage. Ich will jetzt erstmal eine Übersicht vorstellen. So, da haben wir auch die gängigsten Verbindungsarten, also die formschlüssigen Verbindungen, die kraftschlüssigen und die stoffschlüssigen. Also diese, vielleicht eine andere Farbe wählen, sonst ist es ein bisschen übersichtlicher. So, das sind die Obergruppen. Nach diesen drei, diese drei Verbindungsarten werden halt unterschieden und die werden dann dementsprechend dann halt im Maschinenbau, in der Fahrzeugtechnik oder in anderen Bereichen eingesetzt. Ja, zu den formschlüssigen Verbindungen und dann ziehe ich jetzt einfach mal ein paar Pfeile, zählen Bolzen- und Stiftverbindungen, Niedverbindungen und Schraubenverbindungen, obwohl wir jetzt hier gleich sehen werden, dass es halt nicht einzig und allein formschlüssig ist. Und, dann versuche ich mal die hier durchzuziehen, Passfederverbindungen, Scheibenfederverbindungen und Profilwellenverbindungen, das sind alles formschlüssige Verbindungsarten. Dann haben wir die kraftschlüssigen Verbindungen. Dazu gehören auch die Nied- und Schraubenverbindungen. Warum das so ist, da gehen wir dann später darauf ein. Und natürlich dann bei den kraftschlüssigen Verbindungen haben wir dann auch die Keil- und Kegelverbindungen. Und dann haben wir dann noch die Verbindungen mit Zwischengliedern, also wenn die Federn gelagert sind. Da gehen wir jetzt aber nicht so direkt darauf ein. Und wir haben die Press- und Klemmverbindungen. So. Dann als letzte Gruppe haben wir die stoffschlüssigen Verbindungen. Da unterscheiden wir dann zwischen Schweißverbindungen, Lötverbindungen, Klebeverbindungen. Das sind so die drei bekanntesten. Aber dann gibt es auch noch das Vulkanisieren. Das steht dann hier ganz unten. Das ist dann eine von den jüngeren Technologien. Die beschäftigt sich dann schon mehr mit Kunststoffen, mit Polymeren, die dann unter Einwirkungen von Hitze, also unter thermischen Einflüssen, dann halt eine Verbindung erzeugen. Ist bis dahin alles klar? Ich frage mal zwischendurch, wie die Zuordnung stattfindet. Ja, ist klar. Okay. Gut. Dann gehen wir gleich mal weiter. So. Das ist jetzt erstmal, um zu sehen, welche Verbindungsarten gibt es. Ja. Wie sind die Untergruppen beschaffen? Und dann werden wir jetzt im nächsten Schritt, werden wir dann damit anfangen und uns der Frage zuwenden, wodurch zeichnen sich denn formschlüssige Verbindungen aus. So. Wir haben hier eine Übersicht. Also wir haben jetzt wieder unsere Bolzenverbindung. Ich schaffe mir mal ein wenig Platz, dann kann ich das auch mal ein bisschen vergrößern. So. So. Hier haben wir jetzt einfach ein, ein, naja, also, es ist, glaube ich, eher so eine Fixierung hier, wahrscheinlich für ein, für ein, für ein Gebäudeteil, ja, also eine Verankerung. Aber, wenn man das jetzt mal überträgt auf ein Gelenk, und da werden halt Bolzenverbindungen primär für eingesetzt, würde sich jetzt hier der Bolzen drin befinden. Ich versuche das mal vielleicht ein bisschen zu zeichnen, dass man das ein bisschen besser sieht. also, hier drin, ja, hier drin befindet sich der Bolzen, und der erlaubt dann als bombschlüssige Verbindung ein gewisses Spiel, also eine Gelenkigkeit, ja. Dann haben wir, also ich gehe gleich nochmal einzeln im Detail dann auf die Verbindungsart ein, aber ich kann das erstmal ganz gut an den Bildern mal ein bisschen vorstellen. Hier haben wir eine Profilwellenverbindung, also wir haben hier verschiedene Wellen mit so einer Art Zahnrädern, und hier ist es halt so, dass halt auch ein Formschluss vorliegt, also Bewegungen werden halt durch Formschluss übertragen. Ich könnte jetzt da hingehen und könnte die einzelnen Teile auseinanderbauen, also es ist kein Kraftschluss, sondern primär erstmal ein Formschluss. Ich kann es wieder ein bisschen vergrößern, da wird es ein bisschen deutlicher. Genau, also hier werden dann halt Kraft übertragen, also von der unteren Welle auf die obere Welle. Das ist übrigens ein Ausschnitt von einem Getriebe. So, dann haben wir noch ein Formschlüssiges Element, das ist zum Beispiel der Splint. Der Splint dient dafür, dass man, wenn man bestimmte Bauteile zusammensetzt, dass es dann nicht dazu führt, dass beispielsweise hier das Rad sich von der Welle löst, und dazu verwendet man dann hier eine Splint-Sicherung. Das ist dann gegen axiales Verschieben. Dann haben wir auch noch als weitere formschlüssige Verbindung, das ist die Stiftverbindung. Hier sieht man den Stift. Der bewirkt dann auch einen Zusammenhalt gegen axiales Verschieben. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Wir wollen ja jetzt mal ein bisschen was über die formschlüssigen Verbindungen generell kennenlernen. Kennt sich denn jemand schon so ein bisschen mit formschlüssigen Verbindungen aus? Mal einfach so. Sonst erzähle ich einfach ein bisschen was dazu. Ja, okay. Also grundsätzlich kann man sagen, dass formschlüssige Verbindungen generell sehr einfache Bauteile sind. Ja, wir haben jetzt Stifte, Bolzen oder Passfedern kennengelernt. Die Stifte sind halt einfach erstmal primär dazu da, die Bauteile zu verbinden. Ja, also eine feste Verbindung von Bauteilen herzustellen. Dann haben wir halt die Bolzenverbindungen, die sind halt immer dafür da oder halt auch manchmal sind es dann auch Stifte, die eingesetzt werden, um halt bestimmte Beweglichkeiten zwischen Bauteilen herzustellen. In dem Fall halt Gelenke oder wir haben halt Profilwellen, die erlauben uns dann halt auch Drehmomente zu übertragen oder halt dann Splintsicherung gegen Axiales Verschieben. Das machen dann auch Passfedern, da kann man ja auch mal gleich noch was zu zeichnen. Genau. So. Wenn ich eine normale Krafteinwirkung habe, dann ist das bei den formschlüssigen Verbindungen so, dass die Wirkkräfte als Normalkräfte wirken. Weiß jemand, was das bedeutet? Ich kann nicht sehen, wann der, wenn jemand was schreibt. Ich glaube, ja. Kann da jemand was zu schreiben? Sonst würde ich das mal versuchen, gleich mal aufzuzeichnen. Mal kurz, sonst mache ich gleich weiter. Okay. Also das bedeutet eigentlich nur, dass wenn man beispielsweise mal auf so, ich habe jetzt hier Bauteil so das wäre jetzt auch mal das Kreis drumherum, das wäre jetzt mein äußeres Bauteil und jetzt hätte ich noch ein inneres Bauteil. So. Das wäre jetzt einfach mal von der Seite betrachtet, das würde ich da jetzt einfach mal zusammenstecken. Dann hätte ich hier an meinen Wirkflächen die Kraftübertragung. also hier, also überall da, wo die beiden Bauteile aufeinander stoßen, hätte ich eine Kraftübertragung. Aber es ist so, dass ich halt diese Bauteile, die ich zusammenstecke, auch gleich wieder auseinanderziehen kann. Also es ist jetzt keine, in dem Fall, jetzt wenn man jetzt von der Seite drauf guckt, ich hätte jetzt, was sagen wir denn jetzt hier, ein Achtkantprofil, würde ich zusammenstecken, dann hätte ich einen Formschluss und der erlaubt mir dann halt, dass ich beispielsweise dann eine Drehbewegung übertragen kann. Im Anschluss an das Webinar werde ich dann auch noch mal eine PDF erzeugen, wo das dann halt alles ein bisschen schöner aufgeführt ist. Vielleicht können wir uns mal an der Stelle überlegen, worin denn überhaupt die Vor- und Nachteile einer formschlüssigen Verbindung bestehen. Weiß das jemand, wo die Vor- und Nachteile von der formschlüssigen Verbindung, worin das besteht? Das würden wir dann auch noch mal aufschreiben. Also ein Punkt, den wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit behandelt haben, ist einfach, dass die formschlüssige Verbindung einfach erlaubt, dass man die Verbindung ganz einfach lösen kann. Also ich würde jetzt mal hier als kleiner, da kann man es auch ein bisschen besser lesen, das ändern wir auch wieder, so, also, ein Vorteil ist auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, dass man die Verbindung lösen kann. Das wäre so ein Vorteil. Hat jemand noch eine Idee, was man, was so besonders eine formschlüssige Verbindung auszeichnet? Da es sich ja um eine Verbindung handelt, die wir zusammenstecken können, also passgenau zusammenstecken können, brauchen wir dafür natürlich dann keine Vor- oder Eigenspannung. das ist die Möglichkeit, dass wir alles in der Lage wenn wir uns leicht zu lösen, das ist eine In der Lage die ist eine Ausbildung, den Das ist der Fall, dass die Verbindungsraten die Verbindungsraten der Verbindungsraten und das ist ein weiterer Vorteil der formschlüssigen Verbindung, dass man immer noch einen Freiheitsgrad hat. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn man nur noch einen Freiheitsgrad hat oder dass man einen Freiheitsgrad hat? Wahrscheinlich schon. Okay. Okay, gut. Also wir haben ja immer noch diese axiale Verschieblichkeit. Wenn wir halt zwei Bauteile zusammenstecken, können wir sie halt immer noch axial verschieben. Deswegen haben wir halt weiterhin einen Freiheitsgrad. Das ist auch besonders wichtig, wenn man halt bestimmte Bauteile auseinander bauen möchte, dann ist es immer ganz hilfreich, wenn man da noch einen Freiheitsgrad zur Verfügung hat, wo man die Teile dann voneinander trennen kann. So, ein, der Punkt hätte da jetzt nicht stehen müssen, aber ein Freiheitsgrad ist. So. So, was haben wir noch? Diesen Freiheitsgrad können wir natürlich dann auch umgehen, indem wir halt diese axiale Verschieblichkeit durch ein Element aufheben und dadurch können wir dann halt auch die Verbindungselemente sichern. Das schreibe ich auch noch mal zu. Also nicht mit erschrecken, die Schriften sind ganz ein bisschen unsauber, weil die Haptik ein bisschen schwierig. So, ich werde mal eben kurz hier wegmachen, weil wir wollen ja auch noch mal eben auf die Nachteile dieser Verbindungsart eingehen. Hat jemand schon eine Idee, worin die Nachteile dieser Bauart bestehen können? Auch einfach in den Chat reinschreiben, sonst schreibe ich das dann gleich auf. Vielleicht werden wir das mal in so einen Vergleich setzen. Also wir haben jetzt ein Bauteil und wir müssen überlegen, wollen wir jetzt einen Formschluss herstellen oder eine stoffschlüssige Verbindung? Wo wäre da jetzt so der erste Unterschied zwischen diesen beiden Verbindungen? Dann hätten wir nämlich auch direkt den Nachteil. Heißt das jemand? Also ein Nachteil wäre jetzt erstmal schon mal, dass durch die einzelnen Teile, die ich da einsetzen muss, wird die Verbindungsart halt größer. Also wenn ich jetzt zwei Bleche, jetzt mal übertrieben zwei Bleche hätte und die möchte ich halt einfach verbinden miteinander, auf Zug verbinden, ja, also die Bleche sollen halt auseinandergezogen werden und ich würde da jetzt einen Stift einsetzen, würde ich automatisch größer bauen. Ja, und bei einer Schweißverbindung baue ich dann halt einfach kleiner, weil ich halt nur die Schweißnaht habe. Also wäre jetzt ein Nachteil dieser Verbindungsart, dass sie halt einfach größer baut. Gut, jetzt schaue ich mal auf. Haben wir noch einen Nachteil? Also wenn wir es jetzt mal nicht aus der Konstruktionssicht betrachten, sondern aus der Sicht der Finanzabteilung im Unternehmen, dann wäre das halt schon so, dass das natürlich dann auch entsprechend teurer ist. Ich brauche mehr Bauteile und dementsprechend ist diese Verbindungsart auch eine von den teureren Verbindungsarten. Also, dann schreibe ich einfach mal hin. Vergleichsweise teuer. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen Nachteil? Ich überlege gerade selber. Okay, so. Da wir nur einen Formschluss haben, also wir haben halt keinen Kraftschluss, also es ist jetzt keine Verbindung, die halt komplett fest ist, es ist auch kein Stoffschluss. Also es ist immer ein gewisses Spiel da. Und dieses Spiel kann natürlich im Betrieb dazu führen, dass es einen gewissen Bauteilverschleiß gibt. Also würde ich jetzt als Nachteil aufschreiben, dass es halt ein gewisses Spiel gibt. Und dann entsprechend Verschleißgefahr. So, was machen wir als nächstes? Alles klar. Gut, ich würde jetzt einfach mal rüber switchen auf eine andere Folie, weil dann können wir jetzt noch mal darauf eingehen, wie die unterschiedlichen Verbindungsarten aussehen können. Man unterscheidet die formschlüssigen Verbindungen erstmal nach der Art des Formschlusses. Also wir können eine Stiftung, also einmal nach der Art unterscheiden. So, da hätten wir beispielsweise einmal im nächsten Mal ein Profil nehmen. Diese Art von Formschluss, also zwischen diesen beiden Bauteilen direkt. Und alternativ kann man das natürlich realisieren, indem man halt den Formschluss durch ein zusätzliches Element erzeugt. Also das sähe dann so aus. Hätten wir jetzt, sagen wir mal hier, wieder drin. Und dann hätten wir das. So, da hätten wir auch einen Formschluss. Diese Form auch noch unterscheiden für das Teil. Das kann jetzt auch anders ausgeführt sein. Und die müssen beispielsweise quadratisch ist. Also jetzt mal nur so als Beispiel. So, auch hier mit der Form, das muss jetzt nicht quadratisch sein, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die formschlüssige Verbindung. Das kann hier auch so schön geboren. So kann das auch aussehen. oder halt wie bei einem Zahnrad mit ganz vielen Verzahnungen. Da hätte ich dann auch einen Formschluss. So, dann kann man das noch unterscheiden hinsichtlich der Anzahl der Verbindungselemente. Also ich kann jetzt diese Verbindung hier kann ich dann natürlich auch so realisieren, dass ich nicht nur ein Verbindungselement habe, sondern hier noch noch eins und hier noch eins. Das wäre dann halt die Anzahl der Verbindungselemente. Und wir können das noch mal nach Größe und Lage unterscheiden. Manchmal findet man dann ja auch Verbindungen, die sehen dann so aus. Das äußere und das innere Bauteil, da habe ich einen Formschluss und dann beispielsweise dann hier noch ein Stift zwischensitzen. Ja, also das muss man sich jetzt vielleicht ein bisschen vorstellen und naja, wir haben es ja auf der Abbildung hier gehabt. Das wäre dann halt auch noch mal die Lage. Die kann halt mittig sein, wie in diesem in diesem Bild hier, aber die kann auch so realisiert sein, dass es dann von der Position her weiter am Rand liegt. Das könnte dann so gestaltet sein. Gleiche Ausgangssituationen, aber dann sieht es dann beispielsweise der Stift oder der Bolzen hier am Rand. Also das sind so verschiedene Ausprägungen von formschlüssigen Verbindungen und Verbindungselementen. Haben wir bis dahin jetzt eine Frage? Möchte jemand irgendwas wissen zu den formschlüssigen Verbindungen? Sonst würde ich jetzt schon weitermachen mit den Alles klar bislang? Super. So, dann kommen wir jetzt zu den stoffschlüssigen Verbindungen. Die haben wir hier. So. Hier haben wir jetzt die stoffschlüssigen Verbindungen. Wir haben einmal die Schweißverbindungen. Wir haben die Lötverbindungen. Da habe ich leider keine schöne Abbildung zugefunden. Deswegen sieht man hier nur einen Menschen, der auf eine Platine lötet mit einem gewissen Lot. Und wir haben Klebeverbindungen. Also das ist jetzt hier ein Kontaktkleber, der da aufgetragen wurde. Also glaube ich zumindest. Fangen wir mal oben an. Also das sind die reibschlüssigen, die stoffschlüssigen Verbindungen. Wir haben hier eine Schweißverbindungen mit Reibschweißen. Also da wird halt Energie vertikal aufgebracht und da muss ich das so vorstellen, da fährt so eine Art Bolzen, wie wir es gerade schon genannt hatten, fährt dann über die entsprechende Stelle und erzeugt dann eine Verschweißung der beiden Bauteile. Auf der rechten Seite sehen wir halt eine herkömmliche Schweißnaht, die jetzt nicht besonders schön geworden ist. Gibt es ja auch verschiedene Klassifizierungen von Schweißnähten. Dies hier wäre jetzt eine Schweißnaht, die jetzt ich glaube der Klasse 3, also da müsste ich jetzt aber, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, entspricht. Bei der Lötverbindung ist es halt so, da habe ich im Gegensatz zu der Schweißverbindung, wo ich halt werkstoffeigenes Material nehme, also ich schmilze das Material auf an den Schweißstellen und erzeuge eine Verbindung. Bei der Lötverbindung ist es so, da kommt werkstofffremder Zusatzstoff hinzu, womit ich dann halt die Verbindung erzeuge und bei der Klebeverbindung ist es ja ganz klar, da werden die Bauteile miteinander verklebt, das ist auch ein artfremder Stoff, den ich dazu hinzufüge. Das Problem bei dieser Verbindungsart ist, im Vergleich zu der Kraftschlüssigen und der Formschlüssigen, diese Verbindungsart kann ich unter normalen Voraussetzungen nicht wieder auflösen. Also ich werde immer das Problem haben, wenn ich eine Schweißverbindung habe oder eine Lötverbindung, diese Verbindung lässt sich nur auflösen, indem ich das Bauteil halt zerstöre oder halt es gibt auch Verfahren, wo dann halt die Lötverbindung dadurch aufgelöst wird, indem ich halt die Temperatur derart erhöhe, dass sie halt oberhalb der Lötschmerztemperatur liegt, also noch unterhalb der Temperatur der Bauteile und dann kann ich diese Lötverbindung auflösen, aber in den meisten Fällen ist immer eine Bauteilschädigung die Folge für das Auflösen dieser Verbindung. Die Vorteile dieser Verbindungsart bestehen erstmal darin, da gehen wir wieder auf die Vor- und Nachteile der Verbindungsart ein, schreibe ich jetzt mal wieder hin, Vorteile, heute bin ich nicht so richtig hier, Vor- Teile, so, kann mir jemand schon Vorteile nennen, die Vorteile dieser Verbindungsart grundsätzlich? Also ein Vorteil ist erstmal dadurch, dass ich halt eine wirkliche Materialverbindung herstelle, ist die Übertragungsfähigkeit sehr hoch, also die Übertragungsfähigkeit, dieser Verbindungsart ist schon vergleichsweise hoch. Ich schreibe dann einfach mal hin, hohe Übertragung nicht nur von Kräften, sondern auch von Momenten. Ein Vorteil, den hatten wir gerade schon, das war ein Nachteil der formschlüssigen Verbindung, kann sich noch jemand daran erinnern? Ein Vorteil war natürlich, dass diese Verbindungsart sehr klein baut, also wir haben einen sehr, sehr geringen Platzbedarf. Jetzt wollen wir nochmal gucken, das war es dann eigentlich schon hauptsächlich von den Vorteilen, jetzt gehen wir nochmal auf die Nachteile ein. Die Nachteile dieser Art, einen Nachteil habe ich schon vorgestellt, das ist halt einfach, diese Verbindungsart kann man nicht mehr lösen, ohne das Bauteil oder die Bauteile zu beschädigen. weiterer Punkt wäre, man kann diese Verbindungsart nicht unbedingt für jedes Material verwenden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir möchten eine Verbindung herstellen zwischen einem sehr, sehr weichen Material, wir können beispielsweise Zinn ist ein sehr weicher Werkstoff, wir hätten jetzt zwei Bauteile aus Zinn, da besteht natürlich die Gefahr, dass die Verbindung dann nicht hält, weil es halt zu sehr aufweicht. Oder beispielsweise, wo es dann noch deutlicher wird, das sind Kunststoffe. Also man wird Probleme bekommen, einen Kunststoff zu löten oder einen Kunststoff zu schweißen. Also das wird nicht möglich sein. Die Klebeverbindung wird noch funktionieren, aber in den meisten Fällen muss man schon darauf achten, welche Werkstoffe da miteinander verbunden werden sollen und bei den stoffschlüssigen Verbindungen ist es halt so, dass halt nicht jeder Werkstoff dafür geeignet ist. So ist es auch beispielsweise, man kriegt schnell Probleme, wenn man bei stoffschlüssigen Verbindungen bestimmte Bauteile, also unterschiedliche Werkstoffe paaren möchte. Also wenn man einen Werkstoff mit sehr hoher Schmelztemperatur hat, jetzt beim Schweißen oder ein Bauteil mit geringer Schmelztemperatur hat, dann wird man da auch schon Probleme bekommen. Also kann man schon mal festhalten, dass sich nicht jeder Werkstoff dafür eignet. und ein Fall, der jetzt besonders beim Schweißen auftritt, das sind Eigenspannungen. Die sind ja in den meisten Fällen nicht gewünscht, also in Bauteilen treten dann entsprechend durch die Erhitzung, durch das Aufschmelzen, muss sich ja in Folge der Abkühlung ordnen sich die Kristalle neu und dadurch können dann halt auch Eigenspannungen auftreten und die sind dann ja auch nicht erwünscht. Also dann schreiben wir noch hinzu Eigenspannungen und dann in Klammern schreiben wir hin, das betrifft besonders das Schweißen. Schweißen. Man kann es aber ungefähr erahnen. So, was haben wir noch? Also, so viel zu den stoffschlüssigen Verbindungen, man kann natürlich so viel weiter ins Detail gehen, aber ich glaube so im Rahmen dieses Webinars müssen wir leider ein bisschen an der Oberfläche bleiben, in den Kursen behandeln wäre das eigentlich noch viel intensiver, aber ich hoffe bis dahin ist soweit das klar geworden, was ich da jetzt mal angeschrieben habe, gibt es dann eine Frage zu den stoffschlüssigen Verbindungen, bevor wir dann übergehen zu den kraftschlüssigen Verbindungen. Okay, gut, dann machen wir mit den kraftschlüssigen Verbindungen weiter, so, da habe ich auch ein paar Abbildungen gefunden, also, bei den kraftschlüssigen Verbindungen ist es ja so, dass halt während des Betriebs, also während ich diese Verbindungsart erzeuge, erzeugt habe und dann im Betrieb, habe ich immer ein konstantes Kraftfeld, also ein konstantes Kraftfeld, dadurch, dass ich halt unter Kraftentwicklung diese Verbindungen überhaupt erzeuge. Wir haben jetzt hier verschiedene Arten, also wir haben hier einfach eine Kegelverbindung, ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen verfälscht, weil es ist im Endeffekt eine Keilverbindung, aber um das so ein bisschen zu verbildlichen, ich habe hier einen Stift nehmen, ich habe hier einen Konus, so schön ehrlich gesagt, hier ein, 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 manchmal zu einer Seite, ich habe hier einen Konus, so, und dagegen habe ich dann auch einen Konus, der wäre dann jetzt hier so, stellen, und wenn ich jetzt hier in die Richtung eine Kraft aufbringe, Kraft F, dann habe ich eine, einen Kraft Schluss und an dieser Stelle, an der Stelle, wo eine, ein, die Kraft, also wo die Bauteile zusammengepresst werden, da habe ich dann meinen Kraft Schluss, die Maschinenbauer sprechen lieber von Reibschluss, weil die ganze Verbindung, die da besteht, die beruht ja eigentlich auf Reibschluss, also es liegt ja eine Reibung vor und diese Reibung, diese Reibungskraft ist ja so stark, dass sie die Bauteile zusammenhält, also diese Kraft, die ich dann horizontal erzeuge, sorgt hier für diesen Kraftschluss, also die Reibungskraft ist dann so hoch, dass sie dann halt, wenn sie groß genug ist, in dem Fall dann auch Momente übertragen kann oder Kräfte übertragen kann. Eine andere Variante ist hier die Keilverbindung, ja, auch das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön dargestellt, würden wir uns jetzt mal vorstellen, wir verschließen diese Öffnung, also das ist ja glaube ich von einem Tank, und würden dann halt dementsprechend diesen Keil zwischen die beiden konischen Formen einschlagen, das sehe dann ungefähr, ich mache es mal wieder so aus, ich male das mal von der anderen Seite, ich hätte jetzt hier eine Ansicht, und hätte dann hier eine entsprechende Fuge, und das wäre dann die andere Ansicht, und hier wäre auch eine kleine Fuge, und da würde ich dann jetzt meinen Keil einschlagen, dann hätte ich auch einen Kraftschluss, ja, also weil ich halt ein Kraftfeld aufbaue, durch die Spannung, die ich erzeuge, also ich schlage den Keil da rein, und dann habe ich halt einen Kraftschluss, beziehungsweise Reibschluss, so, was haben wir noch, ja, die Schraubenverbindung, die Schraubenverbindung ist ja auch so bedacht, also ich habe auf eine gewisse Weise habe ich halt einen Formschluss, also die Schraube stecke ich da rein, oder wenn sie halt ein, wenn da noch ein Gewinne vorliegt, habe ich dann auch einen Formschluss, aber sobald ich halt die Mutter so stark anziehe, habe ich natürlich dann auch hier an der Stelle hier, das sieht man gut, und an der Stelle unten drunter habe ich dann natürlich dann auch meine Kraftschlüssige Verbindung. So, was zeichnet die Kraftschlüssige Verbindung noch aus? Ja, also ich habe dann halt immer zwei Energiespeicher, nennt man das, also einmal habe ich hier die Kraft, die Kräfte, die hier wirken, also in die Richtung, eben entsprechend wirken dann auch von oben die Kräfte, also, ja, also, wenn man das löst, dann verschwinden natürlich dementsprechend dann auch die auftretenden Kräfte, ja. Was haben wir noch zu der Kraftschlüssigen Verbindungsart, ja, also, wenn es sich um eine Kraftübertragung in der Verbindungstechnik handelt, dann spricht man halt einfach nur von Reibungskräften, ja. Eine Alternative dazu sind die Druckkräfte, man kann das natürlich auch mit Druckkräften realisieren, indem man beispielsweise ein Ölpressverband aufbringt, also, wenn ich Drucköl auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Bauteil oder eine, das geht jetzt schon ein bisschen zu weit in die Materie rein, aber so viel sei jetzt gesagt, also, man hat meistens Reibungskräfte, aber manchmal kommt es auch vor, wenn das dann halt ein bisschen weiter in die Materie geht, dann hat man halt auch Druckkräfte, die auftreten, meistens realisiert durch bestimmtes Drucköl, was dann halt bestimmte Bauteile dann zusammenpressen kann, ja. Reibschüssige Verbindungen haben natürlich auch im Vergleich zu den anderen Bauarten auch ihre Vor- und Nachteile, auch auf die möchten wir jetzt an der Stelle nochmal eingehen, die Vorteile dieser Verbindungsart, das Malte ganz gut, weg, also, die Vorteile dieser Verbindungsart, liegen darin, dass auch hier die Möglichkeit besteht, die Verbindungsart wieder aufzulösen, ohne dass ich zu einer Bauteilschädigung komme, also ich habe die Möglichkeit, die Verbindung zu lösen. und ich habe die Möglichkeit dadurch, dass ich halt diesen Reibschluss habe in der Verbindung, dass ich diese Verbindung auch dynamisch belasten kann, ja, also ich kann Drehmoment übertragen, ich kann Torsion übertragen, ich kann Zug- und Druckkräfte übertragen, also das ist alles möglich, also deswegen müsste man jetzt nochmal festhalten, dass da halt eine dynamische Belastbarkeit zulässig ist. und ein weiterer Vorteil dieser Verbindungsart ist natürlich, dass man kein Spiel hat, ja, also die Teile sind fest miteinander verbunden über den Reibschluss und dementsprechend tritt kein Spiel auf. Also in den meisten Fällen, also je nachdem, wenn man natürlich nicht stark genug, die Verbindung stark genug ausgelegt hat, dann kann natürlich Spiel auftreten, aber generell ist das eigentlich ein Vorteil dieser Verbindungsart. Dann wollen wir nochmal die Nachteile festhalten. Auch diese Verbindungsart hat ihre Nachteile, die bestehen darin, dass, ja, also die, ich hab's ja gerade schon mal angesprochen, die Art der Übertragbarkeit hängt ja immer damit zusammen, wie stark die Reibung ist. Und wenn die Reibung nicht ausreichend ist, hab ich auch keine besonders gute Übertragung. Ja, also die Qualität ist immer so ein wenig abhängig davon, wie die Reibung, welche Reibung vorliegt. Also muss man schon darauf achten und das ist dann auch ein Nachteil, dass die Qualität der Verbindung wirklich von der Reibung abhängt. Ja, wenn ich zwei Paarungen habe, die eine besondere Oberflächenglätte besitzen, ja, oder im Umkehrschluss, ich habe zwei Bauteile, die eine besondere Oberflächenraurigkeit haben, die erzeugen natürlich einen viel stärkeren, viel stärkeren Kappschluss als halt vergleichsweise Bauteile mit einer sehr geringen Oberflächenraurigkeit. Ja, also das ist dann wirklich schon so, dass die Qualität dieser Verbindung immer von der Reibung abhängt. Abhängig. So, was haben wir noch? Um diese Verbindungsart zu realisieren und auch wirklich erfolgreich zu realisieren, brauchen wir natürlich vergleichsweise sehr hohe Kräfte. Also wir brauchen natürlich hohe Vorspannungen. Und jetzt kommen wir noch an einen Punkt, der hängt so ein bisschen damit zusammen, wie man das halt vorspannt oder wie stark die Reibung ist, in Folge von gewissen Mikrobewegungen, die auftreten können im Betrieb, also wenn man jetzt eine Welle laufen lässt und es gibt dann bestimmte, wie soll man das beschreiben, also eine Welle ist jetzt nicht das passende Beispiel, also ich habe jetzt eine Schraubenverbindung hier, wie jetzt hier in der Abbildung und bei diesem Ausschnitt handelt es sich im Ganzen um den Gehäusekasten einer Rüttelmaschine. Ja, so und diese Maschine ist im vollen Betrieb und die Verbindung ist halt nicht hundertprozentig starr, sondern sagen wir mal zu 99%, dann kann es schon passieren, dass da gewisse Mikrobewegungen auftreten und diese Mikrobewegungen erzeugen eine leichte Verschiebung der Bauteile zueinander und dadurch kann es dann zu Reibkorrosion führen, also Reibkorrosion kann in dem Fall dann auftreten und das kann dann wirklich im schlimmsten Fall jetzt nicht vielleicht innerhalb der nächsten Monate, aber dauerhaft kann das dann schon zum Bauteilversagen führen. So, das werde ich dann auch nochmal aufschreiben, Gefahr von Reibkorrosion So, da haben wir auch nochmal aufgeführt, was jetzt so die Nachteile der kraftschlüssigen Verwendung sind. Bis dahin Fragen jetzt an der Stelle. Das Ding ist immer, gerade was die Schraubenverbindung angeht, da gibt es ja so viel Literatur, also es gibt ja wirklich Bücher, die sich nur mit der Thematik der Schraubenverbindung beschäftigen, also man könnte jetzt noch unzählige Webinare allein zu dieser Thematik führen für den Setzbereich und dass man halt, ach da kann ich auch nochmal eben kurz drauf eingehen, das fällt mir gerade ein. Die Voraussetzungen für für diese Keilverbindung ist ja immer ein gewisses Übermaß, ja, also wenn ich jetzt hier nicht noch diesen Keil hier einschlage an der Stelle, brauche ich für eine Kegelverbindung ein gewisses Übermaß. Weiß jeder, was ein Übermaß ist zwischen den Bauteilen? Okay, wenn das klar ist, weil das wollte ich nochmal eben festgehalten, man muss ja immer ein gewisses Übermaß haben, damit die Teile so zusammengepresst werden können unter Krafteinwirkung, dass sie halt auch zusammenhalten, also deswegen sind dann die Querschnitte halt unterschiedlich. Bei kurdischen Bauteilen ist das mal ein bisschen einfacher, weil die sich aufeinander aufschieben lassen, ja, bei Bauteilen gerade so bei Welle-Nabe-Verbindung, also bei glatten Wellen und bei Narben, wo der Innenring dann auch glatt ist, da ist es dann manchmal auch schon notwendig, dass man halt entweder die Narbe erwärmt, damit die sich ein wenig weitet, oder dass man die Welle so weit runterkühlt, dass sie halt so ein bisschen zusammenschrumpft, dann kann man das aufeinander aufstecken und wenn dann wieder die normale Temperatur vorliegt, dann hat man dann auch eine Kraftschlüssige Verbindung. So, gehen wir jetzt mal weiter, da wollte ich nochmal abgehen, das ist eigentlich eine relativ kurze Frage, weiß jemand denn, wann man welche Verbindungsart einsetzen sollte, also jetzt mal grundsätzlich, wann empfiehlt es sich denn immer eine formschlüssige Verbindung einzusetzen und dann, weil das ganz gut passt, oder eine kraftschlüssige Verbindung, weiß das jemand? Ja, ist die Normung nur ein VT der Schraubenverbindung oder generell bei Kraftschlüssigen Verbindungen? Ja, das ist eine ganz gute Frage, also Schraubenverbindungen sind ja generell genormt, also das hat eigentlich den Hintergrund, dass man heutzutage in Zeiten der Globalisierung ja eigentlich Maschinen in die ganze weite Welt verschickt und die Schraubenverbindungen sind halt dahingehend alle genormt, dass man halt, wenn ich jetzt hier aus Deutschland eine Maschine nach Indonesien verschicke und mir fehlen da zwei, drei Schrauben, dass ich dann halt weiß, okay, mit dieser Nummer, mit dieser ISO-Nummer kann ich dann halt die zugehörige Schraube, die ich vielleicht auf dem Transportweg verloren habe, dann auch direkt nachkaufen kann, also deswegen sind die Schrauben halt schon genormt, ja. Die Kraftschlüssigen Verbindungen, soweit ich weiß, sind auch weitestgehend genormt, ja, aber ob das das Spannungsschaubild für Schrauben eingehen, Verspannungsschaubild, ähm, mal kurz, meinst du jetzt, bei dieser Abbildung hier, oder, oder, generell auf das Verspannungsschaubild, ja, generell, ja, ähm, wie machen wir das denn am besten, ich glaube, ich glaube, wir würden das so machen, ich würde das noch im Anschluss, äh, an das Webinar, wenn ich die PDF bereitstelle, würde ich das noch mit einbauen, also ich würde das nochmal als Unterpunkt einbauen, weil wir jetzt schon, äh, ziemlich fortgeschritten sind und ich habe auch ziemlich wenig Zeit eigentlich noch, äh, wenn das okay ist, würde ich das nochmal, äh, im Anschluss, würde ich nochmal auf das Verspannungsschaubild dann, äh, an der Stelle hier eingehen und würde das nochmal dazu setzen, ja, weil das ist auch wieder, äh, so eine Geschichte, allein dieses Thema mit den Verspannungen, äh, Verschraubungen, ne, und den, äh, den Spannungen, die da auftreten, da kann man auch ein eigenständiges Webinar zu abhalten, aber es ist kein Thema, das, äh, das würde ich dann noch dazusetzen, wenn das okay ist, ne, äh, ähm, dann würde ich das jetzt an der Stelle auch eben schnell noch, äh, äh, zum Ende bringen, das Webinar, indem wir halt nochmal kurz darauf eingehen, wann empfiehlt sich welche Verbindungsart? Gehen wir jetzt mal nicht vor den Vor- und Nachteilen aus, die wir jetzt oben beschrieben haben, sondern einfach nur generell davon, wann sollte man eine formschlüssige und wann eine kraftschlüssige Verbindung einsetzen? Bei den form- und kraftschlüssigen Verbindungen ist es halt einfach so, ähm, die setze ich natürlich ein, wenn ich, äh, Bauteile habe oder Maschinenteile habe, die, äh, gelegentlich ausgetauscht werden müssen, ja, ähm, da, ähm, wenn ich ein Gehäuse habe von einem Bauteil, dann empfiehlt es sich da auch auf jeden Fall den Deckel, äh, nicht zu verschweißen, sondern den Deckel zu verschrauben, also dass ich den wieder lösen kann. Ähm, ähm, die, ähm, die, ähm, formschlüssigen Verbindungen, die Bolzen, die würde ich generell dann immer einsetzen, wenn ich zum Beispiel eine, äh, ein Gelenk realisieren möchte, ja, eine Schweißverbindung wird das nicht ermöglichen und eine kraftschlüssige Verbindung wird auch kein Gelenk erlauben, also, ich kann das mal kurz dazu beschreiben, ähm, zum Beispiel die formschlüssigen Verbindungen, was hat man da gesagt, da ist es halt so, dass, äh, primär für Gelenke eingesetzt werden, aber auch, äh, für Bauteile, wenn man sie auseinanderbauen möchte, ja, wenn, wenn ich ein bestimmtes Ersatzteil verbauen möchte, dann, äh, soll es entweder formschlüssig, soll die Verbindung entweder formschlüssig sein, ja, dass ich sie lösen kann, oder halt kraftschlüssig, dass ich sie dann auch dann halt unter, äh, unter Wegnahme der, äh, vorliegenden Kraft dann auch, äh, verwenden kann, also Gelenke und, äh, wie nennt man das denn, was sagen wir denn jetzt hier, Ersatzteile, also bitte nicht erschrecken, also dafür gibt es dann im Nachgang noch eine, ein bisschen übersichtlichere und ein bisschen schönere, äh, Darstellung der Unterpunkte, Ersatzteile, und das ist bei den kraftschlüssigen Verbindungen auch so, dann nehmen wir dann Ersatzteile, verbauen, sagen wir es mal so, okay, so, wann würde man sich denn für die stoffschlüssigen Verbindungen entscheiden, also die stoffschlüssigen Verbindungen würde man primär immer dann einsetzen, wenn es wirklich nicht nur tut, dass die Verbindung nochmal aufgelöst werden muss, ja, wenn ich, äh, ein Stahlträgergerüst habe, also meine, ich habe ein, ich baue mir ein Haus und, äh, möchte unbedingt, dass das, äh, oben ein Stahlträger, ein Stahlträgerdach bekommt, mit schönem Panoramaglas, dann kann ich diese Verbindung schweißen, also die werde ich nicht wieder auflösen wollen, jetzt mal so ein Beispiel für den Hausbau, oder, oder wenn, eine Karosserie, also eine Karosserie von einem Fahrzeug wird, äh, in den meisten Fällen geschweißt, also die, äh, Teile werden nicht, äh, die gestanzten Teile werden dann halt verschweißt und nicht, äh, verschraubt, also das wäre dann schon, äh, ein Beispiel dafür, dass man halt wirklich, wenn halt die Verbindung nicht aufgelöst werden muss, dann vorzugsweise dann schon Schweißverbindungen heben kann, also, da schreiben wir hin, Bauteile müssen nicht zerlegt werden. Das jetzt mal zu jeder, zu jeder, äh, Kategorie mal ein, ein Beispiel. Wenn man das jetzt ein bisschen ableitet von den Vor- und Nachteilen, die wir oben aufgeschrieben haben, dann kann man das dementsprechend dann auch, äh, für sich dann halt zusammensuchen, ja, äh, wenn ich jetzt wieder, äh, klein bauen möchte, dann ist auch die Schweißverbindung am besten, aber das haben wir ja schon alles, äh, oben aufgeführt. So. Jetzt haben wir noch eine, äh, äh, noch eine, äh, eine sechste Frage an dieser Stelle, und zwar, ähm, ob es noch andere Verbindungsarten gibt oder eine Kombination aus den obigen Verbindungsarten. Kennt jemand noch eine weitere Verbindungsart an dieser Stelle? Warte auch so lange, dann sind wir auch gleich, äh, gleich schon mit dem Webinar durch. Gut. Also, wir haben ja oben schon die Schraubenverbindung kennengelernt, bei der Schraubenverbindung haben wir immer einen Form- und einen Kraftschluss. Ähm, dann gibt es noch eine, also das ist jetzt eine Variante, wo eine Kombination auftritt, also, oder beispielsweise bei dieser Rohrschelle, die hier links, äh, die hier abgebildet ist. Bei der Rohrschelle habe ich ja einmal einen Formschluss, ja, also wenn ich jetzt hier dieses, wenn ich jetzt ein Rohr reinlege, habe ich einen Formschluss, und durch das Anziehen der Schrauben erzeuge ich dann im gleichen, im gleichen Maße dann einen Kraftschluss. Also das ist eine Variante, wo dann Form- und Kraftschluss vorliegen, ja. das jetzt nur mal so, ähm, abschließend, ja. Ähm, man kann auch, ähm, um jetzt noch mal auf eine andere Verbindungsart einzugehen, man kann auch, äh, eine Verbindung über elastische, äh, 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 Verbindungselemente herstellen. ähm, elastische Verbindungselemente, kennt ihr das? Elastische Verbindungselemente? Gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene. äh, äh, da, äh, unterscheidet man zwischen metallischen und, äh, ja, genau, das geht genau in diese Richtung, äh, äh, Gubi-Buchsen, ähm, mir wäre jetzt am gängigsten erstmal der, äh, der, äh, äh, ja, beispielsweise, äh, eine, äh, eine Druckplatte, ja, ähm, ähm, als, äh, äh, Verbindungselemente oder, äh, äh, wenn man einen metallischen, äh, äh, Gegenstand, oder, gerade, genau, 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 da sind wir auch schon in dem Bereich. Also, das sind halt dann elastische, äh, 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 Elemente, äh, die, halt, äh, Stöße und Schwingungen auffangen können. Und, äh, da haben wir, äh, äh, Metallfedern, äh, äh, nichtmetallische Federn oder, äh, äh, Gasfedern. Also, die sind dann auch noch so in dem Bereich mit drin. Das behandeln wir auch, äh, äh, im Kurs. Hat, glaube ich, ein extra Thema, wo das dann nochmal behandelt wird. Aber das sind dann noch so andere Verbindungsarten. Man hat dann noch, äh, äh, den, 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 den Zugstab, ja, also, wo, äh, als, als, als elastisches Verbindungselement. Obwohl der für sich ziemlich, äh, ziemlich fest ist, hat er immer noch eine gewisse Elastizität in sich. Ähm, ja, also, zu diesem Zeitpunkt, äh, sind wir eigentlich mit dem Webinar durch. Haben wir vielleicht noch, gibt's noch Fragen? Fragen, die vielleicht noch, ja, vielleicht dann auch dann im Nachgang noch beantwortet werden sollen, wo ich dann noch später, wenn ich das veröffentliche, noch was dazu schreiben kann. Okay, gut. Also, wie gesagt, äh, das Webinar heute war jetzt, äh, vielleicht so vom Anspruch her nicht thematisch so tief, wie jetzt, äh, andere Webinare, die wir so abhalten. Aber, äh, generell muss es ja auch mal so sein, dass wir bestimmte, äh, theoretische Teile vorstellen. Und in dem Fall war das jetzt die Verbindungsarten. Vielleicht ein bisschen interessanter für die, äh, Teilnehmer, die jetzt noch nicht, äh, so weit in der Materie drin sind. Und ich hoffe, die anderen haben sich nicht, äh, gelangweilt bei, bei diesem Webinar. Und, ja, also ich wünsche euch erst mal an dieser Stelle erst mal viel Erfolg für eure, äh, anstehende Klausuren. Wie ich weiß, laufen die Klausuren ja noch bis Ende März. Und, ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem Webinar mitnehmen. Äh, äh, der, äh, der Zusammenschnitt, äh, von diesem Webinar wird dann später auch, äh, äh, noch zur Verfügung gestellt. Also ihr habt die Möglichkeit, euch diesen Webinar-Mitschnitt noch mal anzugucken. Ähm, ansonsten werde ich jetzt im Anschluss, äh, die, äh, Zusammenschrift, äh, veröffentlichen. Und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch, ähm, bald wiedersehe. Die nächste Woche macht die Jessica ein Webinar. Da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, zu welchem Thema. Ich werde nächstes, äh, den übernächsten Dienstag, äh, ein Webinar zur, äh, äh, zur Elektrotechnik abhalten. Da gehen wir dann auf die einzelnen Verbindungsarten mit, äh, ein. Äh, und zwar, äh, über Parallel- und Reinschaltung, wie ich schon was so hinunter... Wir gehen auf Schaltungsarten ein, nicht auf Verbindung, sondern auf, äh, Parallel- und Reinschaltung, äh, und wie diese miteinander kombiniert werden. Äh, also bis jetzt hoffe ich, dass euch das alle gefallen hat. Und, äh, ja. Viel Erfolg für die Prüfung und noch einen guten Start in die Woche. Wenn nichts mehr ist, dann würde ich jetzt an dieser Stelle das Webinar beenden. Okay. Gut. Dann wünsche ich allen noch eine schöne Woche und bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.